Wo ist hier ein Mörser? Da ist er ja. Ach komm schon, ihr Säcke! Ihr Husten-Söhne! Warum kann man hier eigentlich nicht gescheit messern? Ich krieg's die hin, Mörser zu messern. Irgendwas klappt da nicht. Liegt das an mir, oder? Oder liegt das einfach daran, dass man ein DICE da einen Fail eingebaut hat? Ich weiß es nicht, vielleicht bis dieses Jahr. Wenn ja, dann schreibt in die Kommentare! Nur um mal das gesagt zu haben. So, 580 zu 411 Tickets. Diesmal scheinen wir die Übermacht zu sein. Das ist die Frage, kommt das von der Seite her, oder wurden die Teams wirklich gemischt? Oder sind wir einfach noch gut geworden? Und dann... ...als ob. Obwohl... Sieht ein Tick besser aus als letzte Runde, außer für eine Platzierung. Obwohl, letztens als ich geschafft habe, in der ersten Runde am Anfang und blieb ja blub. Schon EF schon versaut den Einsatz. Hatte ich ja auch ne... ...habe ich auf dem fünften Platz. Von daher... ...durchaus im gerühnen Bereich. ...durchaus im gerühnen Bereich. Danke. So, seit wann ist ein Danke-Links? Warum mussten die uns das ändern, diese Säcke? Haaaaaaah... ...Headshot gleich kassiert. ...Headshot gleich kassiert. Du hast keine Damage von Direct RPG. Tierabich gehabt. Das tut gut. Beim Kommentieren mal was trinken. Echt empfehlenswert. Auf jeden Fall beim Langstrecken-Kommentieren. Bääm. Sehr nice. Schönes Skript-Ereignis ausgelöst. Daaaah! Stirb-Zaun! Böser Zaun! Aaaaah! Jemand ist jetzt online. Wahrscheinlich auch irgendein Amerikaner. Den ich mal ganz am Anfang kennengelernt habe... ...vor ziemlich genau einem Jahr... ...als ich mal wieder um 5 Uhr gezockt habe. Und ich meine, dass wir auf einem amerikanischen Server gewesen... Ach Gott! Hätte ich kriegen müssen. Deswegen habe ich auch bestimmt glaube ich so 30 amerikanische Freunde in meiner Battlelog-Liste. Müsste ich mal aussortieren wieder. Müsste ich mal aussortieren wieder. Beitreten. Wiederbeleben. Leb! Leb! Nein! Schade! Na ja, wenn ich 6 Punkte kassiert... ...haha! So muss das gehen. Ich bleib... Ah, C, 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 C. Jetzt rennen wir von C zu B... ...gebe ich auch noch gleich einen Befehl aus... ...kassiert vielleicht 20 Punkte... ...ne, ich glaube nicht. Und danach mache ich mal Befehl auf A... ...B haben sie wohl. Man setzt sich jetzt auf A... ...Ach, du Schande sind hier Gegner. Oben die Sniper... ...und die Elite-Truppen... ...hast du erstmal Leben. Da rechts sind einige. Oh, und noch ein Tank... ...und die Elite-Truppen... Oh, und noch ein Tank... ...und die Elite-Truppen... ...und die Elite-Truppen... ...ja, jetzt noch ein kleiner Lag... ...das ist interessant. Oh, da ist... ...nichts, was er aufgestellt hat... ...ja... ...Gegner... ...Wir sind... ...Ach, du Schande... ...keine Gegner... ...ja... ...Scheiii... ...Scheiii... ...Schande... ...Scheibe-Gleisterle... ...so, 500 zu 350 die geht's... ...das wollen wir mal zu B und dem C ein... ...die Jungs können sich auf A konzentrieren... ...A, C kriegen wir... ...dann bleibt mal Befehl auf A... ...was die meisten eher ein... ...Dreck interessiert... ...na nie... ...A, ALTER... ...ich glaub' auch... ...ich glaub' auch... ...ALTER... ...Wie will der mich gekriegt haben... ...HECKO! ...Haha... ...So, da ist eine von uns jetzt richtig tot... ...Sniper's anscheinend auch schon bauen... ...ja, ich hätte... ...jetzt hätte ich uns drei unterschiedliche... ...Gegner auswählen können... ...die mich hätten töten... ...die mich... ...hätten... ...getötet... ...hätten... ...Satzbau ist'n Arsch... ...Haus seht ihr das? Jetzt gehen wir mal aber Reverse... ...Klingt pervers... ...ist es auch... ...der hatte diesmal aber richtig'n Leck... ...der leckt mich doch am Arsch... ...Hahaha... ...Gott... ...Miese Jokes... ...Zum anfassen... ...Regelbeats mit anfassen... ...Äh... ...naja, nicht ganz... ...Zum Glück... ...Sehr schön... ...Wir sind schon wieder schön gebumst... ...Äh... ...Also... ...Explosionen und so... ...Weis... ...Weischt... ...Krieg'sche den... ...und sah schon durch... ...So... ...Hast kriegen wir grad... ...drei Punkte... ...B haben wir schon wieder verloren... ...unglaublich... ...F und G sollten echt auch mal wieder einnehmen... ...So... ...So... ...Geht ihr mal auf... ...F... ...Dann kriegen die vielleicht auch... ...G... ...Krieg ich den... ...Medi-Kit hier... ...60%... ...75 dürften reichen... ...vorerst... ...Hallo Tank... ...Ach Gott... ...Ach Gott... ...Hahaha... ...Uns kriegt ihr nie... ...Naja... ...Gut... ...Scheiße... ...Ist spät... ...und die kriegt immer noch... ...Ja... ...Sehr gut... ...Very good... ...Very good... ...Haha... ...Istnit indeed... ...Case closed... ...Gut... ...da war kein Case... ...aber egal... ...Lassen wir's doch einfach mal so... ...Stehen... ...Werfen auf unsere Typen... ...Granaten... ...die nicht ankommen... ...Weil wir zu doof sind... ...Könnt ihr mal Zeh in Ruhe lassen... ...Grad noch einmal... ...Ja... ...Zählen wir's mal kurz... ...Clear... ...ja... ...diese Scheiß... ...Tanks hier... ...Kannst ja grad gar nichts machen... ...Nehm ich halt den Punkt von hier ein... ...ist doch mir egal... ...aber der kämpft sich da oben einen ab... ...nur um C zu bekommen... ... Währenddessen können wir schön B und sowas einnehmen... ...Gefällt mir eigentlich... ...Moment... ...Ups... ...Falsche Taste... ... citrusheift... ... Turfiste... ...eee... ...Schade... ...So, der läuft ihm... ...Hmmm... ...Hmmm... ... осв界... ...ja... ...in Desi Person Concern... ...よろしく translates... Blablablabla, der wird schon wieder mal... Why is he my Joker? School tomorrow? Äh, Trollface, Trollface Ja, ihr mich auch Alter! 98 Ah, 98 Schade So, aber nochmal WC spawnen, ich lass mich hier nicht aus Sobel bringen Noch einmal Gut, das war eine zu starke Offensive Sollte wir mal als Engineer spawnen Gute Idee Lars, gute Idee Gut, dass du auch schon drauf kommst Ja, erstmal aufs Maul geben hier Skrotspawn Skrotspawn Scheiße Ja Von dir lass ich mich nicht killen, nur von dem Von dem, von dem! Ja Muss ich doch gleich mal nach meinem Rang schauen 3.700 Von 160.000, okay KHD von 0,83, das geht ja gar nicht Nein, ja Ja Hahaha Nö, ich steh dazu Warum sollte man auch nicht dazu stehen Ist halt noch von Anfang relativ scheiße Aber Spiele mit meinem Gesamtes Können der letzten 300 Stunden So mehr oder weniger da Kann man so sagen Komm zurück ins Leben Bro Haha Du auch Hier wird keiner außen vor gelassen Sag mal Langsam könnt ihr mich trotzdem mal Jetzt könnt ihr mich aber mal richtig Lexful's Rank Auuu Ja, jetzt geht's los mit dem Rank Da ich was ausgelöst Ah, da ist ein Tick vor mir glaub ich So, drei Plätze Ja, was soll denn die Scheiße hier Ah, keine Ahnung ob da einer ist Doch, da muss einer sein Hat er gesagt In dem Soldier spottet Dann ist da mit höherer Wahrscheinlichkeit einer Beziehungsweise auf jeden Fall schon mal einer gewesen Wenn auch vor zehn Jahren Ach, da gibt's eine Leiter Ja, dann gibt's hier eine Leiter Shift, 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 shift Shift Speed Hier kommt man ja legal hoch Haha Sagt's mir doch einer Ja Ja, der Hostel Ach scheiße Sollte ich ihn grad so schön aufs Maul geben Ich lebe noch Ja, der lebt auch noch Leider, leider, leider Der will ja grad meinen Typen wahrscheinlich grad messern Aber er ist down Down, down, down Haha Na, komm doch her Na Da ist hier keiner mit mir messern Messern Herrgott nochmal Ja 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 Ich mag die halbautomatischen Sniper nicht So schöne Repertiergewehre Das hat Stil Was ist nur aus ihnen geworden? Ja, jetzt wird's peinlich War ja nicht grad noch ein Gegner? Nein, da ist keiner Laufen wir mal außen rum Da ist einer Da ist auch einer Wenn auch ich keine Ahnung hab wo Selbstmord Und Vorhin Scheiße Dritter Platz immerhin So Ich bleb ja bei Ich ist morgen bei B Wenn auch diesmal als End- Äh Assault Ja, Sturmsoldat Was ist der W- 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 Steck nur eins